ok moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und willkommen zu einem ganz besonderen live commentary es ist eigentlich kein live commentary sondern es ist einfach so ein kleines let's play sozusagen was ich heute mit einem präsent von von mir mache ich habe immer versprochen mit dem machen commentary hat leider kein black ops am start der pl 765 gauna so komm mal her diga stadt mal ein hier ja bitte nicht meine karte glauben so er klaut nicht meine karte ist ein bisschen weiter im level steht das nicht irgendwo steht leider nicht da welches level der ist schädiger kommen jetzt haben wir einfach mal abwarten war ja mal weg ich dachte geht ja vier jetzt rein ja das hätte ich auch nicht gesagt dass ihr jetzt heute noch spielen würde hier mit mal ein bisschen von dir aber auch meine abwechslung geht ja vier wobei ich eher die ballade auf gaytoni spiele so jetzt lasst uns mal was machen hier leute ich denke mir steigen sie einfach mal aus so komm hergona komm hergona kann man ja eigentlich vom motorrad aus schlangen augeil habt ihr das gesehen vorgeiliger hey das ist ja episch hey ich will nicht tun ich will nicht tun ich will nicht will nicht tun hey bleibt da stehen bleibt da steht das gibt es nicht egal wie kriege ich komme ich in die karre rein ich kann ihn glaube ich rausziehen aber dann muss einmal anhalten da gehe ich einfach in die karre rein hier kommen kommen stammt wenn wir mal das auto hier warte mal um steht der terroristin jetzt muss ich eingreifen misst die oma ist auch schon tot warte mal gauner 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 bleibt stehen gauner warte gauner oder die man das spiel verlassen dieses auto das ist ja ich mal hart hardcore man es ist hardcore misst es hat mich auch noch noch ein wichtiger habe ich mal ein bisschen nicht aufgepasst man mann 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 geht er für jetzt auch mal ich mal wieder fanny ja er müsste auch schon zugeben leute er geht ja viel macht auch echt noch bock hat man einmal das spiel angespielt das ist ja mal ein ganz anderer modus mit baseball schläger ich nie gedacht dass es mal spaß macht komm es mal doppelkehltiger wie ein black of 2 das sieht ja nicht sehr freundlich aus hier komm 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 der will der will in die karre rein ja ich kann den nicht rausziehen mann warte mal gauner ich will da rein gauner bleibt noch mal stehen hat gauner warum bleibt auch nein und was sieht denn jetzt wieder das will ich gar nicht online auch mann das gibt es nicht der blöde der blöde hydranten mann oder andere fliegt auch weg guckt ihr euch an alter da fliegt richtig weg diga ohr jetzt hier keine bullen am start mal ein bisschen wollen wir ja auch mal nice ja ich kann die leiter nicht anvisieren mal gucken ob der jetzt mich aggressiv angreift oh jesus 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 ich krieg den gar nicht kommen bestehen lass mich einsteigen lass mich einsteigen lass mich einsteigen ach lass es kommen aber schon mal das massacke hier dass ihr stattfindet leute ja nice man nice man wird stehen es wäre cool wenn irgendwo ein buller rumlaufen würde dann könnte ich den in seine pistole abknallen weil der hat eine 17 glock dabei mit der glock kannst du wirklich wirklich hier ein paar leute abballern aber die habe ich es leider nicht am start gucken wir mal ich dachte gerade ich hätte eine shotgun gehört ich höre ich schon hier töne die ich gar nicht kenne warte mal es gibt nämlich ihren ort in liberty city wo es ein lieber die city ja doch das ist über die city wo es ein panzer gibt endlich ein panzer sondern ganz viele fahrzeuge ich will dich in einer scheiß karre reiniger ich will es hier einfach auch perfekt das sage ich jetzt rede ich hier wie der letzte deb hier auf der map um aber sind hier echt nichts mann nur mann es gibt es ja nicht so jetzt haben wir ja start hier bleibt stehen oder ein bisschen auto da das nehmen wir jetzt jetzt müssen wir hier mal was machen noch besser das noch besser komm schnell weg hier schnell weg hier ab doch hoch kam Kauna, komm, steig ein, Digga. Okay, dann halt nicht, Digga. Dann muss ich halt alleine losfahren. Hier, klau mal seine Karre hier. So, see you later, Alligator. Jetzt würde ich am besten so einen Drive-Bane machen hier und die drei Omas abknallen, aber das funktioniert nicht. Zwei Omas. Ja, und OC ist das ein bisschen schlecht. Ja, was haben wir denn hier noch? Ah, gibt's bestimmt noch irgendwo Messer am Start. Jetzt fahren wir einfach mal mit voller Karacho und voller Motor nach vorne. Oh, oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich jetzt einen Unfall mache, wird mir sehr viel Lebensenergie abgezogen, dann hab ich euch keine Lust, Alter. Boah. Oh, what the hell, fucking Jesus. Oh man. What the hell, Alter, das gibt's ja gar nicht. Wo ist dieser Bulle hin, Alter? Boah, ich kriege keine Luft mehr. Der Bulle habe ich doch erwischt. Warum bin ich jetzt hier, warum bin ich jetzt keine Sterne hier am Start? Oh, ich will die Sterne. Ich will Sterne. Ich will nämlich mit Absicht den Bullen töten. Da muss ich, glaube ich, ein kleines Massaker anrichten. Ja, los, greift mich alle an hier. Ah, jetzt hab ich hier schon ein paar gute Pros am Start. Und die wissen, wie man kämpft. Die haben natürlich alle schon erlebt. Straßen, Drog, Gewalt. Und die wissen halt, wie man sich verteidigen muss im gefährlichen Drogen-Business. So, jetzt hat YouTube Gamescom endlich mal einen Stern. Und jetzt fallen die ersten Schüsse. Ah, komm. Und natürlich, YouTube Gamescom muss mal wieder sterben, typisch. Ah, ah, ah. Leute, 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 Leute. Ich lasse hier aus. Oh, komm. Okay. Ich sage, ciao, Leute. Ich muss jetzt abschalten. Ich reagiere hier noch über. Weil hier, mein Gott, hier nur Camper am Start. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation. Bis dann. Ciao.